Liebe Zuschauer, ich darf Sie ganz herzlich begrüßen aus dem Sana Klinikum hier in Wismar. Ich habe heute einen Gast im Interview der Woche, über den ich mich sehr freue, denn es ist die Pflegedirektorin Nadine Paarmann heute hier. Die wird mir ein paar Fragen beantworten bzw. wir wollen uns mal darüber unterhalten, wie aktuell, ja man könnte sagen, der Alltag hier aussieht im Klinikum. Zuallererst möchte ich hier doch mal damit anfangen. Ich habe gelesen, dass Sie das hier schon eine ganze Weile machen. Sie haben ja hier auch angefangen im Klinikum, oder? Damals? Vielen Dank. Ja, ich habe hier angefangen. Nach meinem Abitur 1998 habe ich gleich mit einer Ausbildung hier als Krankenschwester noch am städtischen Krankenhaus begonnen und wurde danach übernommen und konnte alle Aufstehsmöglichkeiten in Erwägung ziehen, mitnehmen und alle Stationen, viele Bereiche durchlaufen, damit kennenlernen. Wie kann ich mir das so vorstellen? Also wenn man hier eine Ausbildung macht oder sozusagen hier schon so lange im Haus ist, kennt man doch bestimmt auch jede Ecke, oder? Und jeden, der hier arbeitet. Natürlich kennt man hier jede Ecke, aber sowas kann ja auch sehr positiv sein, indem man sich in Strukturen, gerade wenn man die Aufstiegsmöglichkeiten nutzt, so wie ich es getan habe, alle Ebenen durchlaufen, stellvertretende Stationsleitung, Stationsleitung, stellvertretende Pflegedienstleitung. Jetzt Pflegedienstleitung kann man sich einfacher in die Strukturen und damit in die neuen Aufgaben der Pflegedirektion einarbeiten. Und was ist das, was Sie reizt? Weil ich finde es ja immer zauberhaft, wenn Leute schon so lange in einem Unternehmen sind. Also wahrscheinlich die Aufstiegsmöglichkeiten, was denn noch? Es sind einerseits natürlich die Aufstiegsmöglichkeiten, andererseits ist es schön, jeden Tag an den Ort zu kommen, wo man sich wohlfühlt. Und das muss ich ganz einfach immer wieder sagen. Ich arbeite gerne hier und wünsche mir das natürlich auch für meine Kolleginnen und Kollegen, dass dies auch weiter auf allen Stationen und Bereichen weiterhin so bleibt für sie, dass sie auch gerne zur Arbeit kommen, trotz aller Höhen und Tiefen. Ja, das klingt ja super. Und jetzt ist natürlich die Frage für jemanden wie mich. Der Begriff Pflege sagt mir was, der Begriff Direktorin sagt mir was, wenn ich das Ganze zusammenknippe, Pflegedirektorin. Was sind denn so ein paar Aufgaben von Ihnen? Womit verbringen Sie denn Ihren Alltag hier? Also als Pflegedirektorin sind meine Hauptaufgaben Patient, Mitarbeiter und natürlich das Unternehmen zusammenzuführen und die verschiedensten Interessen zu harmonisieren. Dennoch muss ich manchmal die Bürotätigkeit doch wahrnehmen. Und dort geht es dann mehr um die Personaleinsatzplanung oder Personalplanung insgesamt um die Einhaltung oder Ausführung, Erarbeitung von Qualitätskriterien. Darum geht es. Dann geht es natürlich auch um die Ausbildung unserer Auszubildenden, auf die wir natürlich ein großes Augenmerk haben und genauso um die Gewinnung von Pflegekräften. Okay. Aktuell Corona. Wie hat sich denn der Alltag für Sie verändert? Hat er sich verändert? Bestimmt, oder? Unter Corona hat sich unser Alltag natürlich maßgeblich verändert, besonders auf den Stationen. Besonders der Pflegeaufwand auf der Intensivstation zum Beispiel oder der Isolierstation für die Corona-Patienten ist deutlich höher geworden. Können Sie mir mal erzählen, wie das Ganze sozusagen sich unterscheidet von dem normalen Alltag? Also Sie haben gesagt, es ist ein höherer Aufwand. Man hört ja auch immer ganz viel, aber ich würde das gerne einfach mal wissen wollen. Also der Aufwand, der ist in dem Sinne höher, da man ja Isoliervorgaben hat, in dem man natürlich auch das Personal so einsetzen muss, wie der Aufwand ist. Das heißt, das Personal muss deutlich flexiblerer noch im Einsatz sein als zuvor, was natürlich alles eine ganz große Herausforderung ist, aber natürlich eben auch als Chance gesehen werden kann. Flexibel fand ich jetzt gerade ein schönes Stichwort, weil ich hatte gestern kurz gelesen, dass es eine wunderschöne Aktion hier vom Team gab in der Pflege. Und zwar, wenn ich das richtig verstanden habe, wurden doch für eine Kollegin, vielleicht sage ich das falsch, Überstunden gesammelt und sozusagen auf ihr Konto gut gestanden für den Sohn, oder? Wir haben eine Sammelaktion gestartet hier im Klinikum. Ein Aufruf wurde gestartet durch unsere Marketingabteilung und es wurden Überstunden, Mehrstunden angesammelt, um diese dann zugunsten unserer Kolleginnen auszuzahlen. Eine Sache, die ich ja zum Schluss immer gerne noch mal wissen möchte, bzw. ich möchte in meinem Interviewgast immer noch mal die Chance geben, sich was zu wünschen bzw. was zu sagen, was ihm oder ihr vielleicht auf dem Herzen liegt. Frau Palmer, liegt Ihnen was auf dem Herzen? Haben Sie einen Wunsch zum Schluss nochmal? Ich möchte in diesem Zusammenhang nochmal meinen Herzenswunsch äußern. Wer Interesse hat, bei uns als Pflegekraft zu arbeiten, den möchte ich hiermit herzlich einladen und der kann sich jederzeit bewerben. Alles klar, vielen Dank. Dann verabschieden wir uns an der Stelle. Ich drücke Ihnen die Daumen für die kommenden Wochen, dass Sie weiter so toll durchhalten, wie Sie es bisher tun. Von Ihnen verabschiede ich mich auch, liebe Zuschauer. Unter der eingeblendeten Internetadresse kann man Bewerbungen abgeben bzw. da finden Sie mal den Pfad, wo man sich überhaupt bewerben kann, hier im Sana Klinikum. Wir sehen uns in einer Woche wieder. Bis dahin, machen Sie es gut. Tschüss. Musik 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 Musik